Wir brauchen eine Stimme, wir müssen stärker werden und wir müssen unbedingt dieses Land retten. Denn es kann nicht sein, dass wir jetzt alles wieder ins Ausland schieben und wir gucken in die Röhre. Ich trinke hier ganz, ganz viel, dass ich einfach gar nicht in dieses Loch reinkomme, dass ich allzeit bereit bin, wenn die Schüler wieder kommen dürfen, ihnen auch den besten Unterricht zu liefern. Vertrauen Sie endlich in unsere jahrzehntelange Kompetenz als Gesundheitsdienstleister. Wir sind kein Spaßpart. Gesundheit braucht Training, Gesundheit braucht Freude, Gesundheit braucht Begegnung und zwischenmenschliche Erlebnisse. Dafür stehe ich! In Bezug auf Qualität und Quantität der medizinischen Versorgung finden Sie keinen vergleichbaren Ruhrort wie den unseren. Das heißt, da geht es um unsere Heimat, da geht es um unser unteres Rottal, um unsere Region. Und für die, glaube ich, kämpfe ich bis zum letzten. Das ist meine Aufgabe, dafür werde ich auch bezahlen für die Welt.